Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joke Craft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 39 von Anygate eingesendet die Justizvollzugsanstalt Snowdonia. Und er und ein gewissermaßener Paperi haben das Ganze gebaut und schreiben Hallo liebe Gäste, ich habe für euch in einem Zeitraum von zwei Jahren ein Gefängnis gebaut. Hallo liebe Gäste, ich habe für euch ein Gefängnis gebaut. Genießen Sie den Aufenthalt. Ich möchte aber auch meiner Schwester danken, die mir immer bei den Dekorien geholfen hat. Ich hoffe die Welt gefällt euch, viel Spaß auch. Okay, schön. Also man wird hier ganz freundlich begrüßt. Ich meine, das finde ich ja schon mal eine schöne Sache, wenn man ins Gefängnis kommt. Hallo lieber Gast. Und ich so, Gast. Also kann ich jederzeit gehen, weil ich... Nein. Ne. Okay, so. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Passt. Ich habe Passt gelesen. Da steht aber Pssst. Drüben gibt es Spaß. Oh, oh, oh. Oh. Äh, bitte öffnen. Äh, Zellenblock A. Premium Key. Willkommen. Oak Button. Den wirst du brauchen. Hm, zum Ausbüchsen oder was? Hehehe. Ha 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 ha. Okay, ne, wir wollen jetzt mal heute nicht den fiesen The Joke Craft rausholen. Hallo The Joke Craft und andere. Du stehst vor dem meistgesichersten Prison in Minecraft. Mit diesem Projekt habe ich 2018 begonnen, möchte es dir nun 2020 zeigen. Als erstes gibt es ein Secret, was du am Anfang findest. Wo? Das sage ich nicht. Gut, es ist ja ein Secret. Zweitens. In der Truhe findest du eine Personal Keycard. Ein Knopf und zwei Premium Zellen Keycards. Oh, es gibt sogar Premium Zellen. Na, wer sich nett verhält und immer brav dem Werte ein paar Scheinchen zuschiebt, der darf dann irgendwann auch mal die Premium Zelle. Und zu guter Letzt, um zu den Zellen zu gelangen, musst du durch den Personaleingang anschließen. Gehst du hinter den Tresen. Zwei Eisentüren linken kannst du da. Kein Hinweis gibt Fluchttunnel, das ich unternehme. Oh, 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 oh. Psst. The Joke Craft Key auf Seite 6. Keine Bilder. Abreißen. Ah. Werde ich da eingesperrt? Hm. Ist ja. Hm. Nee. Okay. Erstmal gucken wir uns noch den Spaß an. Hier wurde uns Spaß versprochen und das kann ich bestätigen als Red Star. Wir haben hier einen Schneemann, der die ganze Zeit drauf runtert. Warum sehen die Schneemänner so seltsam aus? Ist das das Layout der Schneemänner in Minecraft? Wurden die geändert? What? Was ist das? Was ist das? Ist das ein Schneemann? Was ist das? What? Was? Ist das ein Schneemann? Halleluja. What? Ah, die sehen doch anders aus. Habe ich einen Texture Pack installiert? Nein. Ah. Wie hast du das gemacht? Hä? Mit Kopf ab. Warte mal kurz. Es schreiben mir gerade Leute. Ich soll eine Schere nehmen. Und. Lol. Okay. Das wusste ich nicht. Ach du Scheibenkleister. Wer hat dir denn ins Gesicht geschlagen? Oh. Oh. Ja, dann ist ja auch kein Wunder, dass der einen Kürbis auf dem Kopf hat. Hier. Nimm mal. Nee. Nee. Ach du. Meine Güte. Der sieht ja fürchterlich aus. Ah. Ach du Scheibenkleister. Jetzt habe ich den Knopf sogar aus dem Inventar entfernt. Wie doof. So. Eieiei. Habe ich noch nie gesehen in Minecraft. Ey Leute. Das ist das erste Mal, dass ich einen Schneemann ohne Kopf gesehen habe. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Mensch. Man lernt so viel über dieses Spiel, wenn man dieses Spiel spielt. Hm. Cool, ne? Ist genauso wie im echten Leben. Wenn er das echte Leben spielt, dann lernt er auch eine Menge raus da. Lernt er auch eine ganze Menge aus dem echten Leben. Hä, wie cool. Er hat sich sogar richtig Mühe gemacht, das Dorf hier wirklich zu dekorieren. Auch mit den Items und so. Dieses Dorf gibt es so nicht in Minecraft. Oder? Komm. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass das ein echtes Dorf in Minecraft ist. Oder? Ich gebe auf. Ist das ein Dorf in Minecraft? Nein. Das ist doch Custom. Das hat er doch selbst gebaut, oder? Das hat er selbst gebaut, dieses Dorf. Das Dorf hat er selbst gebaut, oder? Moment. Ist das ein echtes Dorf? So können Dörfer in Minecraft aussehen? Nein. Das ist selbst gebaut. Das ist ein Custom-Dorf. Das ist ein Custom-Dorf, was gebaut worden ist. Und das ist cool. Das ist ein wunderschönes Schneedorf. Ich finde, ehrlich gesagt, Mojang könnte dieses Dorf wirklich einbauen. Das ist ein schönes Dorf. Das gefällt mir. Das ist sehr liebevoll eingerichtet. Noch bevor wir überhaupt das Gefängnis gesehen haben. Menü, Salat, Melone. Ah, cool. Noch bevor wir das Gefängnis gesehen haben, gefällt mir das gut. Aber jetzt, meine Damen und Herren, betreten wir die sicherste Justizvollzugsveranstalt im Universum. Ich bin schon sehr gespannt. Vergiss es nicht. Keine Bilder abreißen. Okay. Besuchen. Info. Nur für Personal. Befugtes Personal sogar. Sehr schön. Okay. Alles klar. Besuchen. Werteraum. Kein Durchgang. Werteraum. Nur für Personal. Dafür benauche ich wahrscheinlich die Zellenblock. Nein, es ist die Personal-Key-Karte. Aber die habe ich gar nicht bekommen. Äh. Äh. Ach so. Halleluja. Nein. Nein, 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 nein. Hast du dich getan? Nein. Warum? Nein, 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 nein. Mach das nicht. Mach das nicht. Leute. Ihr habt eine Menge Ahnung von Redstone und auch der Bauer dieser Map, lieber Herr Anygate. Du hast eine Menge Ahnung und du hast coole Redstone-Technik, aber das darfst du nicht machen. Auf keinen Fall. Kein Fall. Kein Fall. Weil, wenn der lustige Party-Clown kommt, denk immer an den Party-Clown. Der Party-Clown, der kommt mit seiner lustigen Wolle, ja, weil der immer lustige Wolle hat, das verstehst du, der kommt, ne, weil die Kinder, die freuen sich immer auf der Party. Und wenn dann der Geburtstagsklown kommt, dann kommt er mit lustiger Wolle und dann hat er immer ein bisschen lustige Wolle und dann ist er vergesslich und tut hier lustige Wolle rein. Und wenn er hier lustige Wolle rein tut, dann funktioniert die Tür nicht mehr. Ah. Deshalb niemals sowas machen. Niemals. 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 Okay. Also irgendwie das vermeiden. Tunlichst vermeiden, ja. Oder dafür sorgen, dass die Items wieder zurückkommen nach oben. Oder irgendwie vernichtet werden. Aber das tunlichst vermeiden, was hier passiert ist. In diesem Fall rate ich einfach dazu, die Items zu vernichten. Oder einfach, oder wirklich super simpel, einfach hier einen zweiten Trichter hinzustellen, was dann quasi der Output ist. Das heißt, alles, was man hier reinwirft, wenn jetzt der Partyclown seine Wolle hier reinwirft, siehst du, geht die Wolle hier durch. Und wenn man jetzt die Zellblock-Archi-Karte einwirft, öffnet sich trotzdem die Tür. Also, ne, it's not easy und trotzdem funktioniert das. So, was haben wir hier schönes? Der Alarmstatus, der Alarmativ, Alarmanlage, okay. Was haben wir hier feines? Testalarm. Okay, wir haben einen Testalarm. Hören wir mal rein. Okay, klingt gut. Was haben wir hier schönes? Wir haben weitere Keykarten. Wir haben, oh, 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 oh. Oh, also ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was hier so an Personal. Oh, okay. Ja, Alarmativ. Na, wer von euch weiß, wie er das gemacht hat? Die Antwort in drei, zwei, eins. Redstone-Fackel drunter. Uh, so. Also, in den Regeln stand, ich darf kein Bild zerstören. Keiner hat was von Kolben gesagt. Hat er gemacht. So. Ich muss mir hier erstmal ein bisschen zurechtfinden, wo wir hier sind. Das ist der Personaleingang. Okay. Ist cool gemacht. Ah, es hat geregnet. Hätte es nicht geregnet, wäre das Feuer noch an. Wenn das Feuer hier an wäre, dann würde man hier auch ein bisschen qualm aufsteigen sehen. Sehr gut. Okay. Also, ich gucke mich erstmal, bevor ich jetzt durch das befugte Personal durchgehe, gucke ich mir ganz kurz einmal den Besucherraum an. Ach, das ist der Besucherraum. Verstehe. Wetterraum. Okay. Mhm. Navigieren wir uns mal weiter durch das Gefängnis. Was haben wir hier hinten? Das ist dieser Bereich. Durchgangstür öffnen. Welche Tür wurde jetzt geöffnet? Durchgangstür öffnen. Das ist... Ach, die Tür. Ah, okay. Die da vorne würde geöffnet. Okay, ah, verstehe. Das heißt, der Gefangene kommt hier rein, ist jetzt in diesem Raum. Der Wärter drückt jetzt auf diesen Knopf und dann kann man jetzt hier rausgehen. So, ich komme jetzt nicht hier entlang, sondern ich kann jetzt hierher gehen. Das heißt, der Wärter bringt nun den Gefangenen hier rüber, hier in den Besucherraum. Und von hier aus geht es dann in den eigentlichen Zellenblock. So, das ist mein Zellenblock. Es gibt eine kleine Toilette. Es gibt ein Doppelbett. Okay. Wir haben ein wenig Licht. Mensa, Hochsicherheitsprämiumzellen. Hochsicherheitsprämiumzellen. Jetzt verstehe ich, was das für ein Gefängnis ist. Man sagt also dem Insasse, er bekomme jetzt eine Premiumzelle. Aber in Wirklichkeit ist das die Zelle für Boris die Bestie. Block B Hof, Mensa, Hochsicherheitsprämiumzellen. Okay. Was haben wir hier schickes? Da haben wir Beyoncé und Michael. Michael. Ne, Michael. Wer war nochmal Michael? Michael war der Typ aus Death Note am Ende. Michael. Michael Kehl. Aha. Mhm. 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 Was ist das? Hm. Raumblock. Ah, Mensa, Premiumzellen. Hochsicherheitszellen. Hier sind die Hochsicherheitszellen. Okay. Oh, einen Commandblock gemacht. Nice. Hallo. Was habt ihr denn verbrochen? Ah, bei den Preisen? Kein Wunder. So. Was hast du verbrochen? Oh. Verstehe. Steuerbetrug. So. Was haben wir hier feines? Äh, Mensa, Premiumzellen. Premiumzellen. Keycard benötigt. Gut. Premium Keycard. Oh. Oh. Hola. Alter, das ist jetzt ja... Mhm. Oh. Ah. So kann man sich also unterhalten miteinander. Schick. Premiumzellen. Auch gar nicht feuergeschützt. Oh. Der ist ja richtig Luxus. Es gibt ja sogar eine Dusche hier. Einen eigenen Badzimmerbereich. Also. Halleluja. Das ist dann für die... Für die Politiker, die Steuerbetrug machen. Verstehe. So. Okay. Gut. Dann geht das weiter. In die Mensa. Ob der Kantinfraß hier wohl genauso schlecht ist, wie man ihn erwartet? Nein. Kantinfraß ist in der Regel besser, als man denkt. Menü. Salat, Melone. Okay. Salat, Salat, Melone ist tatsächlich... Also... Okay, ist doch Kantinfraß. Äh, was haben wir denn schönes? Ah. Aha. Ah. Ja. 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 Ich sag's ja. Kantinfraß. Oh. Ist ja lecker. Die guten Speisen dann... Keine Dusche. Ich merke gerade keine Dusche. Das war... Moment. Mathbild. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Buh. Buh. Buh an meinen Chat. Gut, dass ihr das jetzt nicht gelesen habt, Leute. Gut, dass ihr das nicht gelesen habt. Und das werde ich jetzt auch nicht vorlesen. Es besteht die Möglichkeit, dass einige Leute, während ich Einsendungen aufnehme, zugucken. Und da hat gerade jemand wirklich etwas in den Chat geschrieben. Er hat gesagt, das ist keine Dusche. Äh, boah, nein, 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 nein. Okay. So. Was haben wir denn hier? Ähm, wir haben normale Zellenhochsicherheits. Ähm. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Ah, verstehe. Aber es gab ja noch eine Möglichkeit auszubuchsen. Und außerdem würde ich mich gerne mal in Terrapheo interessieren, wie man denn jetzt nach draußen gelangt. Und vor allem, was ist das hier? Ja, das ist der LKW, der liefert frische Waren an. Ich verstehe. Das ist der Hof, Block A. Ach, hier sind wir. Hier sind wir. Hier sind wir. Hier sind wir. Ähm. Ähm. Warenannahme. Oh. Das ist cool. Es gibt dann bestimmt auch irgendwo auf der anderen Seite eine falsche Annahme. Das ist dann quasi vor Gericht. Und, und dann gibt es dort die falschen Annahme. Und die falsche Annahme beugt sich zur Flaschenannahme. Und das beugt sich dann zu, ähm, THC. So. Alles klar. Oh. Das ist aber, also ich muss mal echt sagen, das ist ein ziemlich cooles Gefängnis. Denn tatsächlich gibt es hier, äh, Programm. Oh, das ist gut. Das ist mal eine schöne Interpretation eines Laufbandes. Das ist ehrlich mal ein Laufband, das auch Sinn macht. In Minecraft. Sehr gut gemacht. Box Sack. Äh, äh, äh. Wir wollen die nicht trainieren lassen, die Leute. Nicht, dass die nachher sind bestimmt. Wahrscheinlich ist es immer so, dass es ganz, ganz, ganz leichte Gewichte sind. Und das ist alles super, super ganz leicht. Und die, die Insassen, die denken dann, boah, was bin ich stark. Aber in Wirklichkeit. In Wirklichkeit. Hm. Hier kann der Wert dazu gucken. Oh, nein, 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 nein. Viel schlimmer. Das ist eine Zelle für unartige Menschen, die dürfen dazugucken, wie die anderen Spaß haben. Hihi. Äh, Blocker. Ich hab mit Bilder Probleme. So, was ist denn jetzt bei der Warenannahme? Also, wer hat jetzt hier was gelogen? Stopp, da ist was. Ah, dafür brauch ich den Knopf. Jetzt verstehe. Damit öffnet sich das Ding hier. Und damit kann ich auch aus dem Gefängnis ausbuchsen. So. Da buchse ich jetzt mal aus. Da haben wir wieder ein schönes. Hä? Ah. Ah, ah, ah. Das ist eine Imkerei. Wo man auch arbeiten kann. Hm, nicht schlecht. Äh, es gibt irgendwie einen geheimen Durchgang. Alles klar. Da ist was. Hm. Aha. Aha. Ah, da haben sie sich versucht durchzugraben. Na, ein nettes Detail. Von unten sieht das auch ziemlich cool aus. Und da ist der geheime Durchgang. Da ist der geheime Ausgang. Und die Frage ist, wie kommt man da hin? Ah, unter dem Bett ist der. Nein, noch nicht. Aber das ist der geheime Gang. So geile Details, Leute. Guckt euch das an. Der führt hier runter bis ins Dorf und kommt hier in einem. Oh, kommt hier unter dem Bett versteckt. Ah, schön. Alle Kischis erfüllt. Ja, eine schöne Ansendung ist das. Das möchte ich echt mal an dieser Stelle festhalten. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Der Werther hier draußen ist komplett fehl am Platze. Und ich finde es schön, dass hier noch ein paar Blumen das Ganze spicken. Ja, das ist was für ein Gefängnis. Das ist halt richtig, richtiges Gefängnis, muss man sagen. Also, flackern die Lampen sogar. Die Lampen flackern sogar. Was für ein niedliches Detail. Schönes Detail. Finde ich gut gemacht. Finde ich echt gut gemacht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.